moin se leute willkommen zurück zu donkey cool country 2 together mit mir patrick und meine schwester rina hallo meine schwester ist auch direkt dran mit dem zweiten boss klivers feuerschwert das wird ein spaß leute aber haben wir beide auf die seh ich grad nicht richtig ich glaub schon ne sieht aus wie die kappe ne auf jeden fall aber Patrick ich will nicht wo ich denn hin muss ich mich nicht noch irgendwie alter ja du sollst nicht mich alter das war ja wieder richtiger brainwove da kommt irgendwann eine kanonenkugel die dagegen schweißen soll habe ich so viel versprochen ich hab gesagt es wird lustig was mach ich denn da ich denk voll panisch die schweiß mich in erster rad und dann spricht sie so in die feuerkugel vor allem voll panisch hab mir den feuerball gesehen ich so oh nein du kannst dich mal hier schön verarschen und dann schmeißt dich doch nach oben so geht das ach so dann muss ich mich auf die andere seite katapult ich kann da fast rüberfliegen die der rülpst ja an der blubberst halt in seiner lava ne der hört sich an wie ein rülpser komm, bam, unser treffer, tschüss war so ein richtiger Riener, das war es schon? ach quatsch, kommt da richtig aus aus Lava raus, guck mal war so ein richtiger Riener move ey soll ich dich mal da geh schmeißen, zack ach jetzt gleich attackiert der uns doch ne na jetzt siehst du doch ja ich bin aber auch ne richtige Blitzbier ne mit Dixi könnten wir dann an die Münze kommen, aber ja lass mal lieber aber die sind auch da, ok können wir hier auch wieder boah, ich hab mich da aggressiv naja, freund noch einmal bestimmt, ne ich werde dich verkack jetzt und dann äh hast du ja den Punkt weil dir das scheißegal ist komm, wir fahren das hört sich an, als ob der rülpsen würde tut der ja auch kann ich Knochen wie die in die Luft senken erst mal jonglieren hier und trinkbähchen trinken oh Dixi die kann ich doch eh nicht mit ansehen die wollte weg, konnte aber nicht hört einmal kurz gucken ja ist so, perfekt haben wir also alle Bonusfässer alle Bonuslevel, alle die kämen uns ja ok du bist dran mit Kremkai der Sumpfeld oh nein sumpft der Fässer das kann ja nur noch ne Katastrophe werden und ich hab mich noch gefreut ist da bestimmt hier wieder so ein Freaky ne nö kann man nicht da habe ich jetzt gleich die erste Retterverspeze und die rette nicht rein dann zu drehen, ne selber ja super, Happy Birthday kannst du das denn anhalten, wenn du die Gegenrichtung links da bist du, Witzbirne ich bin hinter dir das ist extrem leer nein ja ich glaube wir müssen später ich glaube ich weiß nicht ob er in dem level schon ist aber später einem folgen glaube ich achten typen weil der dann glaube ich irgendwie eine kanonkugel rausschmacht da fliegt ja voll auf die wespe du wichser ist ja die frage ob da hinten was war muss ja was sein eigentlich ich hätte über die biene springen können einfach das haben wir haben wir vergangene es mir scheiß egal aber es ist nicht schlimm weil da kann ich daran ist die frage ich glaube schon ich weiß nicht was ja wohl nicht der hallo wir haben wir haben gar nicht er hat ja echt für eine macke da war glaube ich echt ein weg kann sich nicht dagegen werfen ich versuche aber ja mit k ähnlich doch immer das war über dem einfachste und über dem ersten das stimmt aber ich bin dafür scheiße stopp bei und ich verschwinden dann muss ich dich kenne an dem ach ansichert mich So geil sind wir auch nicht auf Münzen. Jetzt aber. Gefahr gebannt, Münze geholt so. Der geht mir auch richtig auf den Sack. Ja, aber nahen kannst du gerne. Wichser. Ah, okay. Ich fahr den mal ein bisschen bis, ob der wieder nach links fliegt, weil dem müssen wir folgen auf jeden Fall. Fuck. Wer ist denn lieber direkt durchgeflogen? Ja, nicht auch vor, aber das ist ein bisschen schwierig, wenn die Dinger nicht anhalten. Gib her. So wie es eigentlich gedacht ist, glaube ich. Soll ich wieder hier von vorne anfangen wegen der Blitzbirne? Ja. Jetzt noch mal nach Rami gucken. Genau das meinte ich eben. Ja, ich bin vorhin ja schon gesprungen. Ja, ja, aber trotzdem. Das war es genau da oben. Boah, das war auch schon wieder, das war auch schon. Die Schnauze. Da war ich früher. Ja, siehste. Du Pisser! Der hat mich ja richtig... Ey, der hat mich richtig genatzt, oder? Ich denk mir so, jawoll. Guck, guck. Flups. Weg, Issa. Du Pissflitscher. Ich flitscher. Oh, ja, ich mach's erstmal genau. Ja, wär auch nicht viel besser gewesen als mein Hof. Ich finde, du hast dich damit angestellt, dass ich jetzt grad eben... Muss ich gestehen. Boah, aber auch wie drauf, so zack. Die haben mich denn genatzt. Boah, das geht auch so. Boah. Ja, da rausflug und dann dich wieder verpisst. Das ist so unfair, ne? Hat sich ja so'n Ding in... Der wird da ne Bienen schmeißen, ne? Durch den Kopf gehabt. Weiß ich mir, ist mir mal egal. Wollt grad sagen, schlicht da nicht direkt gegenüber. Genau das wollte ich dir grade sagen! Toll! Huch! Hauptsache wir haben Rambi geholt. Happy Birthday! Komm mal her. Lass dich wieder da runter, so zack. Und wenn ihr mich da gegengeworfen... Hättest du ja nicht schon gewesen. Ja gut, das wäre ja nicht der oben gewesen, ja. Boah, ist das ärgerlich, ey. Ist aber auch nicht kacke, ne? Ist das auch. Wie gesagt, das ist eigentlich so gedacht, dass die Dinge auch anhalten können. Dass die anhalten können. Aber sind das denn die Umdrehungen, die wir machen können, bis die uns raus schleudern, oder was? Ja, das würde auch Sekunden, keine Ahnung. Ja, Sekunden ist aber ein bisschen... Du musst springen! Ja, schon. So. Der war's nicht, ne? Doch, der hilft dem Wiener. Die Wespe, Entschuldigung. Eine Biene wäre eine Wespe eigentlich. Eine Biene. Für mich ist das eine Wespe. Ein Zinger. Ja. Ja, gut, das ist eine Wespe, hast recht. Hä? Wo ist der Typ? Kommt der noch, oder was? Ja, okay, hier kommt der jetzt. Okay, ein nötiges Zeichen mit den Bananen da oben. Ja, wie oft denn noch? Ja. 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 Ja, das ist einfach ganz andere Scheiße eben. Ja, ja, ich seh das schon. Einfach mal versucht. Ich wusste nicht, ob das klappt. Ja, dann ist das halt so. Dann bin ich halt weg. Was ist denn das Problem? Und ich bin hier da auch nicht böse drum. Und nachdem ich dich da... Ach komm, ich wär's eh gekommen. Nachdem ich dich da... Nachdem ich dich da vorne halt Schwert geschmissen hab, also... Stimmt, okay. Ich war ja auch nicht der erste Rhin am Hof, ne? Ich war ja auch nicht der erste Rhin am Hof, ne? Also so ist halt ja mal nicht. Ja, ja. Ich hab ja eh ein paar gut, stimmt ja. Lava Welt, erste Level sag ich nur. Der von uns, der Arsch. Puh! Ich wünsch das, dass du auf dem Fastland bist und wir dann da rüberfliegen. Äh. Ach, du bist einfach so rausgeschleudert, ne? Ja. Lass mich einfach nochmal zurückfahren. Ich sag dir, ich will das gehen. Boah, ich wüsste, ob das passieren wird, ey. Ich hab's ja... Wo ist die Decayments da eigentlich? Bestimmt beim Ziel. Kann ich hier... Was willst du jetzt nach links? Ja, die kann auch Korgummi blasen, genau. Muss ich jetzt hier nochmal blasen? Ne, das haben wir ja. Die Dinger bleiben ja gespeichert, so weit. Sicher, sicher. Pass auf den Weg, klar. Die Krabbelkäfer, genau. Oh, du Pisser. Boah, ich wusste das, weil ich immer wieder so nervös bin. Der fällt grad ein. Können die auch benutzen, ne? Schmeißen. Okay, ist dann schon weg, okay. Dann drauf. Dann stößt mir durch. Bam! So. Stimmt, du musst ja auf die Zamba drauf springen. Meinst du, Donkey, müsste nur einmal auf die drauf springen? Ich denke schon. Weil der ein bisschen schwerer ist. Ja, die müssen mich jetzt wieder mit so zack. Tschüss. Ja, haben wir auch nicht haben. Ja, verpiss. Der hat so Schiss, vor allem zu springen, bevor der weg ist, weil der eigentlich mal so hoch fliegt, der Arsch. Ne, ich röpfe... Ja, gut. Dann wenigstens drehen. Nächstes Leben wieder zurück, ja. So, und gestern hast du auch schöner... Aha. Wer wirft der, haut der irgendwann ab? Der Arsch. Ah, okay. Die spawnt auf jeden Fall. Der ist ja schon weggeflohen gerade. Ich hab nicht, hättest du mich da reingeschmissen. Ja, ich drück da hin, direkt noch fast natürlich. Ich find, da wird sich wie die Dinger selber auch anstoßen können. Manchmal, aber wir können... Okay, in Ordnung. Ist das jetzt egal oder nicht? Ihr auch sagen könnt, das ist eine Lücke, da fällst du durch, ne? Theoretisch. Ach du Scheiße. Die TK-Münze? Ne, die haben wir verpasst. Kann das sein. So. Mal nochmal ran, ne? Das sind echt nur 5 Sekunden. Hast du gesehen? Ich hab mich da mal gedreht. Wie der Scheiß-Zeder zieht weiter. Ich weiß echt nicht, wo die ist. Ach, die kann schon Rambi haben. Über den bist du da hinbringen. Ja dann. Du musst das scheiß Wasser damit nicht machen. Gutes Gelingen. Weißte, ich dachte... Ich hab mal gern wieder gelacht. Ne. Ah, fast. Wollte grad sagen, äh... Bin ich intelligent. Ja, aber ich hab da jetzt auch nicht dran gedacht, sofort. Ich hätte auch eher was sagen können, die TK-Münze nicht da rein. So, hier. Guckt ihr Ratten? Ja, hat sie dir von mir abgeguckt. Hab ich auch. Ach, scheiß auf die Mühle an. Warte, ob die Biene nicht im Weg ist. Warte, ob die Biene nicht im Weg ist. Das kannst du schon mal los bringen. Vielleicht ein bisschen cleverer, nicht so wie vorhin. Du wolltest mich noch warnen. Ich hab die Pisser jetzt. Durchrennen. Hm, scheiß drauf. Ach, der Hund denn da jetzt. Keine Ahnung, was der macht. Ach. Deswegen kann man... Ist halt auch so reingeordnet hier, okay. Mit Rami geht das ein bisschen einfacher, stimmt. Der Hund reißt die Hütte ab. Boah, das ist ja auch so. Habe ich den jetzt gleich noch, oder? Nein, wir haben den nicht. Dann schauen wir noch von vorne an. Wie geht das denn so einfach? Ja, dann geh erstmal ein Level weiter. Scheiß drauf. Muss ich doch da hin? Was ist das denn für eine Kacke? Hört sich auf um. Äh, die dunkle Level. Ich hasse dich so, ne? Ja, warte mal. Dann will ich aber erstmal da hin. Ohm, 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 ohm. Bestimmt wieder so ein Labyrinth wie im ersten Wasser Level, nur mit, mit Dunkelheit. Ich dachte nicht, es ist so dunkel, alte Scheiße. Natürlich ist das dunkel. Kann ich nicht hier einen Leuchtfisch kriegen? Ich hab nicht hier. Wo ist denn hin? Hoch? Runter? Ja, schon mal so weiter. Ja, weiter. Du musst den Weg suchen, da ist halt der Witzige daran. Links. Links. Ich steh nix, ey. Ich sehe vor, ich seh auch nicht viel. Du hast aber vier Augen. Unter oder zu? Da geht's schon runter. Rechts. Runter, rechts. Was ist das ne Wichse, ey? Rechts, Alter. Runter? Nee, hoch, oder? Oh, um hier. Ach, da. Also es ist nicht so ein Labyrinth, aber man muss den Weg halt finden, wenn man nicht sieht, ja. Und da sind wir gerade gekommen, ne? Ja, da müssen wir auch hin. Ach, jetzt will ich fliegen. Das ist ein Bonuslevel. Das war ein extra Raum. Geheim ist hier. Wow. Kann ich da wieder raus irgendwie? Nein. Oh, wieso? Suchen wir nochmal den Weg. Also wir laufen die Zeit nach, oder? Du suchst den Weg. Also wir chillern gehen an sich. Den Kron schwimmen hier mit Didi und Dixi, ey. Runter? Nee, tiefer. Aber guck mal, ich bin schon besser. Aber guck mal, ich bin schon besser. Guck mal, diesmal weiß ich nicht mehr. Aber sowas von, ja. Andersrum wird auch traurig gewesen, ja. Da muss ich irgendwo hier runter, ne? Ja, irgendwann kommt der Fische übernimmt. Ich glaub, der kommt auf jeden Fall von alleine dazu. Aber was ist denn hier? Ja, das ist einfach nur der Weg. Du weißt, wo du hin solltest. Du kriegst die Bananen wahrscheinlich gar nicht. Aber kriegen. Nee, muss nicht so sein. Ach, nerven mich das schon. Ich meine, du siehst die halt, ne? Das ist halt schon wegweise. Ich glaub, dass die sich im Wasser langsamer bewegt, die Krokodile. Man sieht auch echt gar nix, ne? Wo hab ich mich hier denn erschrocken? Alter, ich auch. Alter Vater. Jetzt kannst du ja noch mal gucken, ob die Bananen kriegst. Die konnte jetzt eh mit sich. Ich glaub dir nicht, dass die wieder abhaut, wenn die zurück schießt. Scheiß dann drauf. Was ist denn hier oben? Entweder sowas für en garde, oder... Einfach mal extra Leben versteckt. Du meinst, ich krieg jetzt hier noch en garde? Da glaubst du ja wohl selbst nicht. Stimmt, oder? Alter, hab ich mich erschrocken. Direkt ne Herzattacke. Kommt das Viech... Angelaufen. Boah, der nervt mich aber auch ein bisschen, ne? Das ist wie mit dem Papagei im ersten Teil. Lackern meinst du, ne? Boah. Runter hoch. Und dann mal einen Bananen auf jeden Fall. War da noch mehr? Oh. Ist ja die Frage, ob ich jetzt hier richtig bin, oder ob ich lieber nach oben hätte schwimmen sollen. Wo der richtige Weg ist, ey. Beide Wege führen zum Ziel. Bei mir, ob da nichts was ist. Ganz zwei, die wir aufhörbar schwimmen. Bei dem Vieh. Wenn das rechts ist. Ne, ich bin schon vorbei. Wo denn? Der unten bei dem Rochen da eben. Der da links und rechts und rechts... Ne, du bist schon wieder zu weit. Hä? Da wo die Käfers gerade war. Der Rochen war links, er ist aber rechts geschwommen. Da hab ich gesagt... Aber da ist nix anscheinend. Da sieht man jetzt von hier aus nix. Der stimmt jetzt gleich rüber. Achso, da hinten meins. Okay. Ich bin auf jeden Fall weg, nur darüber, dass man da hinschieben kann. Sag mal mal so. Ne, das ist okay. Das ist ja echt die Frage. Das ist ja eh eine Kiste zuvor. Hab ich gar nicht gesehen. Das heißt ja nix. Was? Stimmt an sich. Ohhhhhhhhhh! Jetzt wir haben schon das Kackfisch schon übersehen. Wir haben alles hier übersehen, weil ich hier nix sehe. Wie sie sehen, sehen sie nix. Da haben wir jetzt schon nicht. Das nervt mich aber, der Kackfisch nervt mich. da ist das ordentlich zu sagen mit sicherlich zurück den ganzen weg hier fehlt alles wir können ich noch von vorne anfangen wenn ich auch noch nicht und hier schönes wird echt so geld ja durch mich das habe ich dazu gemacht in nix mehr die dinge drehen sich die blauen flüge schon durch wir haben schon bonus was gefunden das ist schon etwas das war mit mir wahrscheinlich so seine die sterne die sterne hier ich kann auch gar nicht so diese erste suchen keinen grad hier reinpacken in so ein level aber wir haben ja schon tierischen helfer dabei ne ja das denke ich mir auch da wollte ich mir noch knabbern der wollte in schweißen schon da preis er wieder super an mann versteckt das ist ein n k münze haben wir nicht ja nix ich kann ja alles kommen das ist ja nicht das problem jetzt fisch und da vorbei büß it's on fisch hätte ich aber auch gar nicht gesehen der ist auch blind kennst du nicht den berühmten blindfisch das war er ich kenne den fischer neben mir das ist wohl ich nur darum gucken was da ist und zack und die dinger knofer durch die wende schon anscheinend richtig verstanden ich will die münzen da haben ich muss nicht ran ich muss schon vor links kommen oder so da muss aufpassen ok nach unten bleiben war das gut ich dachte da sind nur weg quasi die bandanen alle da ne da unten ist aber was 100 pro ja duuuh wallah ja schwimm da runter du Pizzwitcher ja wo sei es ok hauptsache ich find die scheiß bonuslevel ne aber die k münze kann tatsächlich theoretisch am ende sein im ziel ne wenn ich sowas ist ja nicht erstmal durchatmen weil ich jetzt wohl machen muss eh zielfühlen wir da oder was ne das schon muss unser kasut boah ey ich könnte schon wieder kommen ne ich würde auch weiter hoch schwimmen ich glaub da wo die bananen ist muss ich nämlich nicht hin glaub ich auch fast ja hab ich kein falscher ansatz mal guck mal immer wo die bananen sind das ist echt alter wie intelligent ich bin tatsache die bananen verarschen nur kann natürlich da wieder raus wo der fisch wieder vorschwimmt ne ich bin so nervös ne weil ich weiß ich hab dich nicht dabei das nervt mich dass ich weiß dass du nicht da bist ja ich kenn das Gefühl weil ich nicht da durchschwimmen kann einfach ja aber du bist besser als ich ach du Kaschung ach du scheiße ja ok das war asozial ich kam nicht mehr da raus ne ich hoffe er stimmt jetzt auch nichts hab ich mir gedacht bonuslevel haben wir alle guck mal ja guck mal hast du gut gefunden dank mir dann kann man ja jetzt ein bisschen die game uns eigentlich nur noch suchen aber ich 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 will jetzt mal auf diese am ende am ziel ja am ende kackt die ente ne mach jetzt bitte nicht wieder so n scheiß also müssen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel suchen alter hat er gerade auch schon so geschlossen ja ich bin auf die höhe geschwungen von dem viele weißt du ja ich hätte so gerne on guard ne ich auch gerade da waren nur die bananen da hinten in der ecke meine ich ja scheiße ich mitnehmen kannst das ist der blindfisch wieder und jetzt hat er uns auch gesehen weil du diesmal ein bisschen zu früh gestartet bist uiuiui das gute ist schon mal dass wir alle ich muss eben haben und ich da gar nicht mehr viel gucke jetzt noch ich würde ja schon mal nicht mehr nach gucken müssen dann ist schon mal ganz gut in der ecke wird ach da waren wir gerade ne ja ja jetzt kommen die nämlich der alle gut ich angewitscht weiß das hat wir haben eh nix jetzt haben wir wieder so nach oben und unten ne komm schieß doch du scheiß fisch ich glaub der hat ein wie hat er denn für leiden ey so der hat Münzen da und der Münze vor aber bei dir versteckt ja klar er holt sich den denn was noch nicht mehr raus ich kann mir das irgendwo versteckt ich kann mir das irgendwo versteckt ich kann mir das irgendwo versteckt was für ein klingeln ja die käme jetzt für den beiden leveln sogar ne ja ok boah nervt mich schon dritte welt und geht direkt hier bergab ja speichern einfach ab ne die steht zwischen dem dritten und dem 64 ist ja schon tot die steht ja nicht erst im spiel ja die tot ist ok lassen wir es dabei boah nett mein schwester ist voller die oma im 64 tot ist alles klar dann treibt man mal so fest mir nervt die alte und wir sehen uns dann nächstes mal wieder wir werden wohl noch mal die beiden level spielen nach den die kämen zu suchen ja und dann machen wir weiter mit dem nächsten level welches auch immer das ist dann gucken wir es doch gar nicht nach ö ich will doch gar nicht wissen gerade ich auch nicht in dem sinne danke fürs zusehen bis zum nächsten mal tschau ja bazu kazu